So, jetzt machen wir mal den praktischen Test. Ich habe die Lampe jetzt auf Dauerbetrieb. Wie ihr seht, das Licht ist sehr hell und auch nicht wirklich warm, eher kühl. Jetzt mache ich mal das Setting auf. Bewegungsmühler im Dunkeln. Jetzt müsste das Licht von alleine, wenn wir uns länger nicht bewegen, ausgehen. Das dauert ein bisschen. Und jetzt ist es aus und jetzt ist es wieder an. Alles funktioniert. Das heißt, alles, was der Hersteller verspricht, wird abgehalten.